Miau und herzlich willkommen bei Elefantus Katus. Ja, ich war wieder bei Aktion und ich habe für euch tatsächlich diesmal diese fünf Blöcke mitgebracht. Ich kann die hier zwar leider nicht verlosen, aber ich dachte vielleicht bei all den Menschen, die sie nicht bekommen konnten, hätte vielleicht jemand Interesse sie mir abzukaufen. Ich habe dreimal den Katzenblock und zweimal den Yay-Block. Das war eben das, was da war. Also wenn ihr was von diesen Blöcken haben wollt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schicken. Um das einigermaßen fair zu gestalten, ich würde gerne nur einen Block jeder Sorte pro Person abgeben. Also ihr könnt gerne Katze und Yay zusammen haben, aber nicht irgendwie dreimal Katze oder alle Blöcke zusammen. Weil ja, es wäre halt nett, wenn möglichst viele Leute davon was haben. Und die E-Mails kriege ich bitte ab morgen um 18 Uhr, damit die Leute auch Zeit haben, sich das hier anzuschauen. Und natürlich, wenn ihr gewonnen habt und mir noch nicht eine E-Mail geschrieben habt, dann wäre das super, wenn ihr das jetzt mal langsam tun könntet. Das wäre es auch. Also das ist wirklich ein sehr kurzes Infovideo. Also wer mag, morgen ab 18 Uhr schickt mir eine E-Mail und dann machen wir das mit dem Geld und mit der Abwicklung. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.